Oh, Digga! Was machst du schon wieder mit mir? Du bist safe gebannt! Und selbst wenn, dann schaue ich auf entspannt bei AltruRip vorbei und hole mir einen neuen Account für einen guten und günstigen Preis. Und das Beste ist, die Lieferung erfolgt sofort. Ja, okay, Digga. Dann fang ich jetzt auch an zu cheaten. Mach das! Und falls du genug von Minecraft hast, hat AltruRip auch noch über 40 weitere Spiele für dich im Angebot. Und das Beste ist, mit dem Rabattcode da flitschbarst du noch 5% auf deinen gesamten Einkauf. Ja, mein Skin ist schon nett, Digga. Na, was kommt denn auf Puzzle? Ja, die haben da was ins Geld verdient. Haben die auch so Seen den für mich genommen oder wir wussten? Nö. Na, amber! Digga! NUEH! Ja ist doch süß, Digga, ist doch cool! Für laster seh, hunderttausdnd Münzen freisch halten, wollen die mich verarschen?! Slech! CW Owner. Ja... äh slash CW hookedrapatule, mit CKA halt . Jetzt... Ja man, ich konnte... Was ist das für ein Witz Digga. Die sollen mich mal nicht verarschen? Hunderttausdnd Coins, kannst du niemandem sagen, Digga. Das meint die doch nicht ernst. Komm Junge. Ich muss erst mal ein Handtreat machen. Slash Game Over, Alter. Slash satt. Justin liebt Tobi. Kommt da als Gegner, Digga. Let's go. Mach mal mein First Abbey erstmal. Ich mach dritter, okay? Mach mal den, äh erster Tobi. Tobi mach mal erster. Wie viel? Kein Name. Hey Jungs, ich bin euch ehrlich, lasst mich nicht so wenig. Mach picken Justin, picken. Der Junge kann nicht fastbitchen, ne Jungs? Der kann nur rückwärts bauen. Steinpicken. Der kann nur rückwärts bauen. Hier, mach Steinpicken. Von wo soll ich raus bauen? Links. Ah, da. Ah, da. Da, 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 da. Verarsch mich mal nicht. Die bauen rechts mal. Äh, 115. Oh Gott, Alter, ich bin so lost jetzt. Ich weiß nicht, gerade mal. Du kannst David die Blöcke droppen, dann Justin. Ja, ich sag dann, einfach dann nach vorne droppen und dann ein bisschen zurücklaufen. Weil der Justin ja konnte schon immer nur rückwärts fastbitchen und so. Ja. Was stimmt. Du kannst es, jetzt stopp, let's stopp. 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 Ja da, boah. Ja da, boah. Ja da, boah. Geh mich nicht auf die Eier, Clip. Ahahaha. Oh Gott. Machst du ein Full-Equid-Sets, oder was? Let's go, Digga! Machst du ein Full-Equid-Sets? Oh, Digga, ich hab's über den, ich bin voll krass. Ey Digga, das darf ich nicht verpassen, wenn du dich stompst. Ach, du hast einen Stomp. Also, ne, soll ich direkt... Ach, das weiß Justin wahrscheinlich auch noch gar nicht mehr. Gibt's früher noch gar nicht. Ja leider gab's früher noch nicht. Der hat seine Picke, Achtung, das blieb ich, das blieb. Ja, perfekt. Schade Digga. Ich bin absolut im Trick-Sets rein, genau. Also, David, ich bring dich auch. Oh, ich hab so Bock zu spammen, Alter. Einen hab ich auch, Trick-360. Brauchst du Leiter, Brauchst du Leiter, David? Mach mal ein bisschen Zeit, Digga, dann kommt der erst für 2.50 hoch. Ich liebe dich, Justin. Tag, David. Brauchst du Essen? Nö, nö, ist gut. Ich bin sogar voll noch, der drin ist Stick. Warte mal, hast du Stick? Äh, Schwert? Ich hab Schwert, ja. Hier, komm. Ja, stark Digga. Hab ihn, aber ich bin auch drauf. Justin! Ja? Setz mal PC neu auf Digga, wir ziehen Minecraft durch. Wie sagst du? Hab noch einen Hitter-Typ. Digga, bei mir lag das Game, sie kehr dann alles. So jetzt. Okay, ich mach die fertig. Hat, äh, Ding, David, diese Lazy Bandita, waren das nicht der, der uns letztens im CW zerschieden hat? Ja, Digga, wie kann der immer noch auf freiem Fuß sein, Digga? Ich schwör sogar so. Äh, Digga, bei mir lag das Game. Ja, der hat mich. Wie holt er mich? Wie holt er mich? Geh mal Bett ein, Draghi. Äh, warte, ich hab keine Blöcke. Lieg ich wieder, Digga? Wenn du willst, kannst du auch zurückrennen und Bogen safen. Ja? Wär auch gut. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, aber... Das schaff ich nicht, das schaff ich. Wir bauen um dich. Warte mal, ich komm mal hoch, ich versuch. Wir haben ein bisschen das, ne? Warte, wo ist das Gold? Du kannst auch Bogen jetzt droppen, jetzt droppen, droppen, droppen. Ja. Schade. Äh, bau Bett ein schon. Digga, ich bin zu laut, Alter. Hey Digga, joggt doch keiner. Jo, wo bin ich hingeflogen? Hab Blöcke geplaced. Und nochmal, Reggie. Luft getroffen. Hat der erste geschafft. Fett. Down. Drück. Spammer, wo ist er? Wo ist er? Da oben. Haben sie runter geschossen. MLG? Vorne rein, vorne rein. Vorne rein, wo? Wo ist vorne rein? Vorne rein, über den. Ach Gott, macht er schon. Ich hab unten schon durchgeworden, oder? Können wir die Base springen? Just AC? Just AC? Doch, doch. Du hast den ganz schlimmer hasen. Ich sag, ich frag ja nur, weil der Typ oben, Just AC. Ich will nicht sagen, dass ich in der Base bin und jetzt da bin, weil er... Ne, Digga. Ich hab den Base-Safe gefickt, die sind alle noch nicht cool in der Base. Mach die mal fertig jetzt da. Base-Safe gefickt, ja? Ja, die haben keinen Base-Safe. Hast du fehlgemacht, David? Jo. 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 Ich hab noch einen Achterbogen. Soll er kommen? Einen Achterbogen ist? Ja, ja. Das ist ein blöder Kerl, Kobi. Guck mal, zack. Hat er einen Hit, Alter. Er kommt runter, Jungs, weil er Panik bekommen hat, weil ich ihn angeschossen hab. Boah, 30. 30 für Low. Jawohl, Jungs. Jo. Team war ganz gut. Eins Leistung von mir war nicht so gut. Kommt noch, kommt noch. Wir glauben dran. I believe on this. Waren wir hier grad eben? Ich vierte, David dritte, Hobi erster. Machen wir so, Jungs. Mal gucken, ne? Machen wir so. Ja, Draghi cheatet auch, aber zum Glück kriegt unsere Kills nicht. Etche, betche, betel, betel. Ich war schon 4, 3, 5 tausend Blöcke weg, Alter. Ich guck, er warst du gar nicht. Wir machen jetzt einen Top-Clan, Junge. Im Top-Clan wird das. Ah, wieder die Gleichen. Ja? 15 Minuten sind um, Jungs. Dann geht's aber weiter. Machst du Förster? Nö. Und Tobi, dann ab geht's weiter. Tobi, schnell, schnell, schnell. Tobi. Sagt nur später. Dann muss man sich ja auch rechtfertigen, Jungs. Hier, Mace, mach Holz. Wie viel hast du? 24, 24. Ja, wir haben schon 32. Okay, set them, dead them, zieh raus. Nee, ich zieh rein. So dumm, Digga, so dumm. Wo ziehen die? Wahrscheinlich, ja, normal, ja. Ja, alles noch mal. Komm, man, dann fährt er hoch und wegen der Blöcke genommen. Ja, okay, dann geh hoch und baue. Jetzt. Komm. Let's go, Mace. Boah, wo wollen sie denn hin? Komm, wieder was los. Aber muss man schon sagen, David, die was schon gut. Du Picke, du Picke. Warte, schlecht. Komm, mach mal. Warte, ich stack mich kurz. Oh. Nein! Oh, Digga, ich geh zu weit. Äh. Draghi, mach das eh allein. Draghi macht das gegen neun Leute in der Waze, Digga. Aber nur wen zahlen muss. Einer ist unten, MlG. Ja, nur dann, wenn zahlen muss, aber. Tobi, lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor. Jetzt warte, lass mich vor, lass mich vor. Ich hab einen Support von dir. Ja, Snake knock mich. Egal. Die Kekos, Junge. Digga, spielen fünf Jahre Minecraft am Übrigens gerissen. Oh. No Fraun. Ja, eben. No Fraun. No, no, no. Digga, er ist echt hastig. Gepatert. Erlebt ihn damit. Es gibt einen satten Suicide. Noch nicht. Ein bisschen schon. Boah, das ist so ein schönes Video, Alter. Mit zwei Trotteln am Magieren. Irgendwie so. Guck. Mit zwei alten Hasen, kannst du ja sagen, Junk. Ich find Trottel cooler. Ey, ich kann nichts essen, was packen. Er riecht auch bis an. Ey, er ist Haze. Ja, das sag ich ja. Er ist down. Er ist weg, mein. Wieso nicht? Ja, ja. Zu den guten Einzeiten mit Team Puzzle. Zum Beispiel. Ganz gefährlicher Clan. Den kenn ich noch. Tja, das kann sagen, was du willst. Das war auch schon ein kleiner Legenden-Clan. Für die damalige Zeit. Und das war's mit denen, Digga. Nummer 25. Da haben wir einen Clan fast ins Minusill reingedroschen, Digga. Das war's mit.